Das Unternehmen hat sich insofern verändert, dass wir ein Mitarbeiter mehr geworden sind und ein grobes Umsatzplus von 250.000 Euro erzielen konnten. Also ich bin der Matthias Hofmann von der Hofmann Kälte GmbH hier aus dem Umkreis Frankfurt. Wir bieten Kälte- und klimatechnische Einrichtungen an, bauen die ein, verkaufen die. Unsere Ausgangssituation war folgende, dass wir im Winter gemerkt haben, dass wir weniger Aufträge reinkriegen und haben überlegt, wie wir das verbessern können und sind dann im Internet auf die A und M gestoßen, die uns da sehr gut weitergeholfen haben. Also das Unternehmen hat sich insofern verändert, dass wir ein Mitarbeiter mehr geworden sind und ein grobes Umsatzplus von 250.000 Euro erzielen konnten in dem halben Jahr. Das Besondere ist, dass wir sehr viel Input kriegen. Es ist wirklich, also wir lernen wirklich viel dazu. Man lernt die Leute kennen, man hat die Gesichter von den Leuten und insgesamt ein sehr positives Gefühl. Das heutige Event habe ich für mich persönlich als sehr hilfreich wahrgenommen, als sehr locker, aber mit trotzdem sehr viel Input. Ich habe die A und M auch schon weiterempfohlen und ich würde auf jeden Fall sagen, dass man seine Firma weiter nach vorne bringt, auf jeden Fall. Ich habe die A und M auch schon weiterempfohlen,